und guten tag hat er gesagt so wir sind hier drin irgendwie ist wieder alle da aber das immer so nach dem laden wahrscheinlich und wir wollen ein bisschen bisschen komisch was haben wir hier parallel universum die ganzen theorien und wir haben hier haben wir alles herstellen mann immer mal jetzt weggehen so zum beispiel eine trinkflasche finde ich sehr interessant sehr gut ne können wir das nämlich schon mal machen und hier ja ein bisschen was ist drin und da können wir auch natürlich ordentlich noch was nachfüllen und dann können wir den hier auch noch nehmen ja ja so und wir kennen das ja schon aus haben wir nur einmal aber einmal was herstellen oder was ist denn das für ein trick also irgendwas stimmt hier nicht naja wir gucken komisch hier kann ich nicht nehmen okay dann gehe ich erstmal nach hinten also komisch nicht wenn ich gehen wir hier nochmal rein einmal hier nach hinten durchstoßieren muschelgeräusche und hier irgendwie glaube ich mit der zugangskarte erst ne okay da kommen wir nicht rein gut all klar aber ich hätte gerne noch ein bisschen was ich wollte mir eigentlich die feine herstellen da darf ich ja nicht beim drucken links nachfüllen und probieren zu schlafen vielleicht ist denn ja neu wir versuchen mal hier eine runde zu pennen außer dass ich immer habe ist jetzt ja nichts irgendwie anders ist auch sehr laut hier muss ich ja um knacki ja Der schmeißt sich das einfach so in die Kiemen, ne? Ja, schade irgendwie. Also ich hab ja gedacht, dass man hier jetzt irgendwas machen kann. Ah, da müssen wir gleich nochmal rein, weil so ein bisschen gucken wollte ich ja schon. Oder ich die Trinkflasche noch nicht genommen. Das kann natürlich auch sein, wenn ich die nicht rausnehme. Ah ja. Ach, ich vollidiot. Guti. Äh... Was haben wir noch so? Technisch. Den Schlitten. Oh. Oh, Schlitten. Ach so, können wir nicht. Aber können wir den? Ah, da stand da 199. Oder bricht der denn ab? Wie viel haben wir denn noch? An Druckerharz. Ach, guck mal, wie viel wir haben. Das geht ja alles. So, denn noch 10.000 Pfeiler wollen wir herstellen. Wie ist der? Jiangju Zhang. Okay. So, ja. Die Pfeiler auf jeden Fall. Die müssen ja schneller gehen. Oder dauert das jetzt alles immer so lange? Ich glaub, das dauert alles jetzt immer so lange. Das ist nicht das Schönste, aber wollen wir ja. So, dann steht ja da auch 250ml mal 10. Äh, viel Drucker. Jetzt muss ich ihn da finden. Wir betrieben viel, ne? Also ich find ja gut, wenn wir jetzt hier so gucken. Haben wir hier Aloe Vera. Aber so viel haben wir gar nicht, ne? Ich dachte, wir haben richtig viel Aloe Vera. Schade eigentlich. Ich dachte voll jetzt, voll geil. Ein paar Granaten her zu finden, wäre auch ganz cool. Was steht da drauf? Vier Uhr Nachmittags. So, was haben wir jetzt noch hier? Trinkflasche, Maske, Enterhaken, Techmech. Vielleicht, vielleicht haben sie da ein bisschen Respekt vor mir. Wenn ich mit der Maske so rumspiele. Aber ist, glaub ich, die rote, ne? Ja, sieht so aus. Mehr haben wir nicht, ne? Ne, mehr haben wir nicht. Ich will mir wenigstens einmal im Leben jetzt auch diese Techmech da herstellen. Was hat das für eine geile... Warte, geht aber auch schnell. Wenn wir hier jetzt schon mal rein sind. Was hast du denn? Techmechrüftung. Ah, jetzt können wir die... Ah, so. Die muss ich dann erstmal herstellen. Oh, aus Batterien. Okay. Ne, ich glaub, die stellen wir erst ganz am Ende, ja. Wo hast du die denn jetzt in die Licht? Du Eierkopf. Hier, wa? Da. Guti. Ja, dann wollen wir wieder zurück machen. Wo das jetzt sicher alle zu komisch ist. Ich denk mal nicht. Ab, raus hier. Und dann wollen wir zur neuen Höhle. Wenn's jetzt ja nicht unbedingt abends ist oder so. Also, was heißt da neuen Höhle? Bei uns da die Höhle, ne? Müssen wir hin. Wir rennen jetzt einfach mal nach Hause. Und dann dürfte das ganz gut sein. Also wirkt irgendwie nicht so rund heute, das Spiel. Wenn wir mal sagen. Alter, okay. Wie kriegst du mit, was da hinter mir los ist? Aber ich würde nie mitkriegen. Was ist denn mit ihm? Okay, das muss ich mir hier mal merken, ne? Zwischen den Pfeil und den Pfeil. Auf diesem Feld. Ich mach mir hier einfach ein... Achso, ich muss das ja so lassen, ne? Mach mir einfach ein Screen, dann kann ich mir das später nochmal angucken. Ja, ja, aber ich mach ja nichts. Ich bin ja einfach nur auf der Durchreise, ne? Ich will nichts von euch. Mach ja auch nichts. Ich bin einfach nur nach Hause. Wir haben auch noch frühes, ne? Das wird jetzt hell. Das ist ja wenigstens gut. Dann können wir gleich weiter. Dann können wir uns ein bisschen... Ja, was heißt hochmunitionieren? Oh, hier sind ja auch so ne Dinger. Okay. Ja, das muss ich mir dann gleich nochmal angucken. Ah. Guck mal, jetzt findet man die ganze Gräber auf einmal. Ich hab die Schaufel noch nicht, aber... Deswegen wissen wir ja, was wir mit der Schaufel alles machen können, denn. Wenn wir die denn mal haben, ne? Jetzt ist das hier voll der Tuntingfeld, aber hier ist auch ne Schlose. Ja, da du da rumrennst, jetzt seh. Also irgendwie ist das heute ein bisschen lecky, muss ich sagen. Ich nimm die mal mit, mein Freund. Ich nimm dir irgendwas. Und da heute nicht so zurecht. Da haben wir ja noch einen ganz schönen Meter, ne? Da nach hinten. Ja. Ja. Aber wir schleppen ja gerne. Auch die Leichenteile schleppe ich hier gerne hin und her, ne? Macht man nicht alles für ein paar geile Taten noch. Scheiben wir hier auch 10.000 Kronleuchter da noch machen, um die Wude ein bisschen hell zu kriegen, ne? Da hinten zippt es jetzt zu, da sehen wir schon mal unser... Oh. Oh, ne. Okay, da ist nix. Ich weiß gar nicht, wo die beiden anderen hier rumstolz ziehen. Müssen wir mal auf die Karte gucken. Die scheinen ja ganz weit weg zu sein. Hier hat er wieder nur die Hälfte an Arbeiten gemacht. Der Boy. Ist immer traurig, ne? So. Ja, wir brauchen ja zumindest ein Essen. Und die Trinkflasche könnten wir ja eigentlich auch mal voll machen. Die ist hier unten. Und, guck, guck, guck. Geil. So, weil dann können wir nämlich mal... Achso, hier können wir auch gleich trinken. Den wir da zumindest mal volli. So. Hier jetzt noch das Fleisch reinjauen. Das ist so ein Fisch. Können wir ja auch gleich braten, ne? Wenn wir schon mal dabei sind. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Kopf braten möchte, aber... Ich glaube eher mal nicht so. So. Und dann müsste ich mich jetzt hier nochmal so ein bisschen... Also, auf eins ist ja klar. Eins. Zwei, drei. Wir haben ja hier Bogen. Da könnten wir ja auch mal die 3D-Druckerpfeile... Weil ja jetzt zum Beispiel gar nichts. Denn 3 ist Axt. So, dann würde ich auch zweimal die Pistole machen. Schalldämpfer. Oh. Okay. So. Das heißt, das hier auf... So. Ja, auf zweimal. Das könnten wir mal auf vier machen. Den brauchen wir ja nicht so. Da ist das auf fünf. Das auf sechs. Heilung auf sieben. Ne, das ist neun. Ja, das ist ja ganz gut. Ja, und mehr brauche ich ja eigentlich gar nicht, oder? Im Endkampf? Nö. Ne. Ah, das ist doch schon verkohlt, ne? Ich sehe das doch schon. Ja, dann kannst du auch länger da brennen. Einen möchte ich ja wenigstens noch mitnehmen hier. Ah, da ist zu lange, ihr braucht jetzt. Ich würde ja hier auf jeden Fall noch einen Energieriegel oder sowas nehmen. Weiß ich ja nicht, was denn den ist hier. Ein Speckstück? Ein Gehirnstück. Meinst du, ich bin jetzt schlauer? Wo ist denn auch hier unsere Kleine eigentlich? Die ist tot? Probier doch extra alte Dinge geben. Ne, die ist gar nicht mehr aufzufinden. Ne, die ist gar nicht mehr aufzufinden. Die Höhle des Grauens. Ich glaube zumindest, dass wir hier die hier hin müssen. Wenn nicht, muss ich nochmal gucken gleich. Aber ich glaube, das war die hier. Ne, du bist zu schnell. Ich glaube, das ist auch so schnell. Ja. Weil, ich glaube, so Fälle... Ne, haben wir gar nicht. Wo hast du denn das Dingsfälle hingemacht? Na, komisch. Gut, die ab rein hier. Jetzt wird es wieder romantisch, romantisch. So. Machen wir Licht erstmal. Ah, hier waren wir da schon mal unten, oder? Ach du Scheiße. So, hier waren wir da schon drin. Also hier ist das nicht. Zumindest nicht. Hier kann man ja nicht mehr weiter, ne? Ist da irgendwo... Ah, mit der Keycard. Na ja, gut. Dann haben wir wenigstens ja die Pfeile und sowas nochmal. Shit. Wo muss ich denn da nennen? Für die Schippe. Auf jeden Fall war das mehr so... Ich weiß nicht, ob ich das nördlich nennen soll, aber... Das ist in die eine Richtung, zeige ich gleich mal. Schade, schade. So. Ne, ich meinte eigentlich... Was ist da? Ist da denn nicht so? Ich muss mal raussuchen hier. Das ist ja auch nicht. Der musste die Höhle sein, da oben. Da haben wir natürlich einen... Ein Meter noch zu laufen, aber ich glaube, dann war es die... 100% bin ich mir wohl nicht sicher, aber... Ich werde hier nicht schissen. Wenn das scheiße überhaupt ist. Ich weiß es nicht. Weil ich glaube, jetzt so unter uns auf der Karte, da wo das Ausrufe zeichnet ist, da gibt es dann die Spruchflinte, ne? Die ja schon sehr... Timber ist aber... Ich glaube, die geben wir auch Virginia. Ich glaube, hier oben ist dann die... Die Schaufel... In den Spomens. Bin ich mir relativ sicher. Doch, schon. Weil rechts daneben jetzt, ne? Da ist der Typ mit dem... Den man da runterhauen kann vom Berg, ne? Mit dem GPS-Tracker. Ich würde gerne wissen, wo... Wirklich die Niki rumbrennt hier. So. Zum Glück sind ja auch die Wege jetzt nicht so lang, ne? Das sind ja so Spiele, wo die unerträglich lang sind, die... Die Wege. So. Achso. Gerade sagen. Gerade hast du ja noch was angehoben. So. Da sehe ich ja schon was. Oh, Druckerfahre. Ah, nee. Hier musst du graben. Shit. Wo war diese bekloppte Höhle? Denn ist die doch da hinten irgendwo, ne? Wir sind auf der Suche nach der Stimmung. Da haben wir ja auch Kram. Ich weiß nicht, was er da schön entgebt, aber... Oh, Mann. Zum Thema. Da bin ich mir ganz schön sicher. Nichts sicher. Alles doof. Sicher. Sicherlich nicht, mein Freund. Und ich habe das Gefühl jetzt hier, wo ich lang renne. Und auf jeden Fall noch ein Dörflein, ne? Also... Hier war ich da auch schon mal alles lang hier ran, oder nicht? Hm. Ah, kommt hier denn drauf? Wollen wir mal mit der Maske machen? Hatte ich die nicht auf eine Zahl gerichtet? Nee. Okay, dann können wir ja auch mal siegen. Dann denken die, ich bin einer von denen. Okay. Ich bin einer von denen, ich bin einer von denen. Der Kampf war nicht so gut. Habe ich mir ein bisschen besser vorgestellt. Wir brauchen keine Seile mehr. Mehr so Stoff und so. Oh, Klebeband besonders. Nix mit Klebeband hier. Gehalten. Hat einfach nicht die Gehalten. Naja, hast du doch angezeigt. Ja, ich wollte jetzt sicher keinen Krieg ausführen. Oh. Ja, ich würde gerne Knochenrüstung machen, aber das Problem ist, ich habe keinen Kleber. Zumindest nicht so viel. Oh, jetzt so gut. Naja, ich glaube, ich habe doch noch eine Rüstung. Ah, jetzt bin ich schon wieder voll. Da hinten kommen ja noch ein bisschen ein paar. Ne, so cool. Meinst du, die denken, ich war das hier? Ich wüsste nicht so richtig. Ja, wenigstens ein bisschen was machen, ne? Ah, die kommen da hinten nicht, ne? Ach so. So, wartet jetzt mit der hier? So, da brauche ich das hier. Tech-Rüstung. Zweimal das hier. Tech-Rüstung. Wo ist er da? Zweimal Chip, zweimal Batterie. Aha. Oha. Und wenn ich jetzt nicht safe bin, dann weiß ich auch nicht. Denn weiß ich ja auch nicht. Aber wir wollten ja jetzt hier nicht so viel. Ich glaube hier, naja doch, so ein kleines Lagerfeuerchen. Oh. Können wir gar nicht machen, ne? Fehlt uns Stock, ey. Okay. Ich kriege hier einen Stock. Ich kriege hier gar nicht. Sagen, gib mal hier ein bisschen was. Da kann ich, ja, okay. Du kriegst ja auch gar nichts. Aber so verbrennen wir die schon. Wenn wir den Stoff haben, ne? Äh, die, nochmal. Okay, mal. Jetzt sieht man das am Knie. Die Tech-Rüstung. So. Wir müssen hier noch hin. Uns ein bisschen wenigstens auch munitionieren, ne? Oh. Ist ja irgendwie ein bisschen daneben hier, Plumps. Ach, du willst mich... Du, du und ich. Ich und du. Wir. Beutner Prinz. Na, das fahrt jetzt. Ich würde sagen, wir läuten da hinten rum. Aber das ist ja unser. Unser Guter. So, noch ein bisschen Wart herstellen, ne? Geht ja eh jetzt der Kleiderfeuer aus. 100%. Ja, ich will es ja wenigstens vor der Insel schaffen, ne? Äh, vor der Höhle. Weil sonst so ein bisschen doof, ne? Gut, mehr können wir nicht mehr. Äh, wie sieht es denn aus? Können wir noch ein paar Taschen öffnen? Ah, ne, können wir nicht. Da ist er. Na, einfach zu voll sind, ne? Aber hier. Können wir noch ein, zwei mitnehmen. Ja, war toll hier. Wir machen weiter. Weil hier will ich jetzt auch nicht schön. Oha. Ja, auch nicht so geil. Wir können ja auch erst mal zu denen gehen. Aber ich glaube nicht das hier. Ah, hier. Ja, der ist ja hier runtergefallen. Oh, Taschenlampe. Hatte ich die noch nie mitgenommen? Ich habe die nur losgeschnitten und dann warst du. Kann wohl sein. Will mich jetzt ja dafür nicht verkloppen oder sowas. Weil irgendwie ist so ein Backen, ne? So wie Niki jetzt gar nicht aufzufinden ist. Und wir werden ja hier oben schon mal rauchen. ein Lager gebaut. Zumindest ein sehr, sehr positiv mal. Na, Gott sei Dank hat er dich die Scharfkette hier. Moin. Ah. Die drei Typen der Hoffnung. Guti. Dann würde ich sagen, ich speichere hier mal ab. Ich lasse dich auch ein bisschen rumhängen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Okay, halt aufheben hier. Das, was unser sein kann. Heute steht hier auch noch. Super, ne? Alles geschafft. So, also. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Ciao, ciao.